Wär zu. Ich werde dir ein Geheimnis anvertrauen. Fußball ist ein ziemlich einfacher Sport. Deshalb macht es auch so viel Spaß, ihn zu spielen. Und noch etwas darfst du nie vergessen. Du kannst jederzeit und aus jeder Lage versuchen, ein Tor zu schießen. Es ist der beliebteste Sport auf der Welt. Und um ihn zu spielen, braucht man nur einen Ball. Wenn man Fußball spielt, fühlt man sich frei. Und um darin gut zu sein, muss man Spaß haben. Es ist ein Mannschaftssport. Und das Spiel sollte allen Freude machen. Du musst Spaß haben. Nimm es nicht zu ernst. Das ist das ganze Geheimnis. Und los geht's! Das ist das ganze Geheimnis. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020